Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Kapitänskillungsvideo. Heute haben wir hier den japanischen Flugzeugträgerkapitän Tamon Yamaguchi am Start mit der Basisfähigkeit Taifun erhöht den Schaden der Flugabwehr ihrer Schiffe. Das ist natürlich wirklich netter Skill. Mehr Flugabwehr ist natürlich super, wenn man von feindlichen Flugzeugträger angeflogen wird und ist natürlich auch unter Umständen nützlich als Inspiration für andere Schiffsklassen, um dort einfach bessere Chancen gegen Flugzeugträger zu haben. Also dort sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Und wir werden uns natürlich selbstverständlich alle Skills, die wir hier haben, anschauen. Und dort werde ich meine Favoriten zeigen, beziehungsweise diese habe ich schon ausgewählt. Wir haben einmal in der ersten Reihe Arbeitsreichertag verringert die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams, was auf jeden Fall ein ganz netter Skill ist. Allerdings möchte man doch bei Möglichkeit mit einem Flugzeugträger sowieso vermeiden, dass man überhaupt aufgeklärt wird. Und gerade wenn die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams geringer ist, heißt es ja schon, dass man auf jeden Fall Schaden genommen hat und die Situation halt schon nicht so gut aussieht. Und ob das denn was an der Gesamtlage ändert, ist eher fraglich. Alternativ hätten wir nämlich hier noch Fliegenklatschen. Erhöht den Schaden der Flugabwehr ihres Flugzeugträgers. Dieser Skill gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser. Einfach aus dem Grund, die höchste Wahrscheinlichkeit als Flugzeugträger aufgeklärt zu werden, ist Option 1. Man selber hat einen Fehler gemacht, was die Positionierung anging. Was halt ja uncool ist, aber es passiert halt. Und Option 2 ist, man wird von feindlichen Flugzeugträger per Flugzeuge aufgeklärt. Und das wird wahrscheinlich das häufigste sein, wo man halt auch nicht viel gegen machen kann. Und deswegen habe ich mich entschieden, hier in der ersten Reihe Fliegenklatschen auch zu nehmen, weil man dort einfach den Flaggschaden erhöht und dort halt schneller die feindlichen Flugzeuge abschießen kann und dementsprechend dann auch schneller wieder in die Tarnung geht. Das ist auf jeden Fall der Hintergedanke. Alternativ wird es hier noch kompromisslose Luftabwehr geben. Verbessert die Leistung und Reichweite der Flugabwehr aller Schüsstypen. Was an sich auch keine schlechte Idee ist, muss ich dazu sagen. Allerdings, ja, mir gefällt es einfach besser, 20% mehr Schaden zu haben wie 10% und ein bisschen mehr Reichweite. Einfach den Schaden maximieren, dass die feindlichen Flugzeuge so schnell wie möglich sterben. Weiter geht es mit der zweiten Reihe. Dort haben wir einmal dunkle Silhouette. Verbessert die Verborgenheit ihres Flugzeugträgers. Und das ist ein verdammt starker Skill hier. Wir können die Verborgenheit hier auf Maximalstufe um 12% reduzieren. Und 12% ist halt so viel, das ist halt richtig, richtig geil. Aber wir haben hier auch eine gute Alternativ-Skillung und zwar der Einzelfahrschein. Dieser würde nochmal den Torpedoschaden um bis zu 5% erhöhen, was auch eine sehr, sehr gute Wahl ist. Aber meiner Meinung nach der Tarn-Skill hier ein bisschen besser. Beide Skills sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gut, ist halt wirklich fast 50-50, vielleicht 60-40 würde ich sagen. Einfach, ja, defensiv hat doch ein bisschen Priorität, weil man möchte wirklich nicht mit den Flugzeugträger aufgehen. Dann kommen wir zur dritten Reihe. Dort haben wir einmal die Alarmbereitschaft. Aktiviert die Warnanzeige für feindliches Langstreckenfeuer und verbessert gleichzeitig die Schiffsteuerung. Diesen Skill, da bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von. Ähnlich wie oben bei Arbeitsreicher Tag. Man möchte generell nicht aufgehen. Und wenn man aufgeht, ist man halt schon in einer brenzlichen Lage. Dort ist es natürlich schon, ja, wie soll ich sagen, ganz nett so ein Skill oder beide Skills zu haben. Aber für mich ist das dann halt eher schon Schadensbegrenzung für irgendwas, was vorher schiefgegangen ist. Und dementsprechend bin ich hier nicht der größte Fan von. Alternativ hätten wir hier noch außer Sichtweite, verbessert die Verborgenheit und maximalen Trefferpunkte der Sturzbomber. Dazu muss ich aber sagen, die japanischen Flugzeugträger haben doch ihre Stärken auf jeden Fall in den Torpedobombern. Und dementsprechend haben wir auch als letztes hier die versteckte Bedrohung genommen. Dort verbessern wir die Verborgenheit und maximalen Trefferpunkte der Torpedobomber. Was natürlich super ist, macht die Torpedos, die allgemein schon relativ stark sind, bei den japanischen Flugzeugträgern nochmal besser. Dann kommen wir zur vierten Reihe. Dort haben wir nochmal die Möglichkeit, prüfender Blick zu nehmen und nochmal die Schusstarnung zu verbessern. Was auf jeden Fall auch durchaus eine Option ist. Also man kann hier wirklich auf maximalen Tarnwert gehen, hier 12% und dann unten nochmal 5% rausholen. Allerdings habe ich mich jetzt hier entschieden, doch nochmal vielleicht die Bomben ein bisschen besser zu machen. Und zwar mit Burn, Baby, Burn erhöht den Schaden und die Brandwahrscheinlichkeit der HE-Bomben ihrer Flugzeuge. Wobei ich sagen muss, das ist auf jeden Fall auch so ein 50-50. Der sichere Skill wäre auf jeden Fall der hier. Und wenn ihr vielleicht minimal auf mehr Bombenschaden ausseit oder mehr Brände, dann ist es Burn, Baby, Burn. Dann kommen wir doch schon zu den legendären Skills. Dort haben wir einmal vollständig verpackt, schügt eine zusätzliche Ladung für jedes ausgerüstete Verbrauchsmaterial hinzu. Und verringert die Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien. Dieser Skill, den würde ich wahrscheinlich ab den Stufe 5 Flugzeugträgern in Betracht ziehen. Weil dazu muss man auch sagen, bei vollständig verpackt, wir bekommen nicht nur die Verbrauchsmaterialien dazu, welche der Flugzeugträger hat. Das wäre relativ nutzlos, weil wir da ausreichend in der Regel haben. Man bekommt auch bei den Verbrauchsmaterialien, die die Flugzeuge sozusagen haben, eine Aufladung dazu. Und das ist natürlich speziell auf Stufe 5 sehr, sehr nützlich, weil man dort natürlich auch seine Jäger noch platzieren kann. Und wenn man dort eine weitere Aufladung hat, ist das natürlich eine geile Sache für das eigene Team zum Supporten. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich Stufe 3 den rechten Skill nehmen, wo wir gleich zukommen. Und Stufe 5 oder höher vollständig verpackt. Und ja, wir hätten sonst noch für die Stufe 3, wir sind Legion. Erhöht die Geschwindigkeit der Torpedobomber, reduziert den Schaden am Flugzeugträger, solange dieser sich in der Nähe eines Gegners befindet. Ja, ist halt ganz nett. Ich sag mal, in der Regel möchte man nicht dicht am Gegner sein. Deswegen ist der Spezialeffekt ein bisschen nutzlos, würde ich sagen. Aber generell die höhere Geschwindigkeit der Torpedobomber ist natürlich ganz nett. Aber ab Stufe 5, wie gesagt, auf jeden Fall vollständig verfuckt. Meiner Meinung nach die bessere Wahl. Und dann kommen wir noch zu den Inspirationen. Dort haben wir einmal den europäischen Kapitän Jerzy Swirsky drin. Dieser verbessert nämlich nochmal die Tarnung des Schiffes, was natürlich eine geile Sache ist. Also theoretisch habt ihr hier die Möglichkeit, dreimal auf Tarnung zu gehen. Einmal hier mit dunkler Silhouette, prüfender Blick und dann nochmal als Inspiration, um wirklich einen Hammer-Tarnwert 6 Kilometer irgendwas zu erreichen. Das ist natürlich schon richtig brutal, zumindest auf den unteren Stufen. Auf den höheren ist es ein bisschen mehr. Aber ja, auf jeden Fall eine ultra, ultra starke Inspiration hier. Und als zweites nutze ich den Raizo Tanaka. Dieser erhöht den Schaden ihrer Torpedos. Wir haben ja die Stärke auf jeden Fall bei den Torpedos, bei den japanischen Flugzeugträgern. Und das möchten wir natürlich mit diesem Kapitän hier weiter verbessern. Alternativ wäre der Space Fishy Kapitän auch eine mögliche Inspiration. Dieser erhöht nämlich nochmal etwas die Torpedogeschwindigkeit, was es natürlich nochmal den Gegner etwas schwieriger macht, den Torpedos auszuweichen, was natürlich ganz nett ist. Oder falls ihr euch doch nochmal ein bisschen defensiver aufstellen möchtet, falls man doch aufgeklärt wird, gerade von feindlichen Flugzeugträger, dann ist natürlich auch der Ernest King hier eine Option, welcher nochmal die Reichweite der Flugabwehr erhöht, um die Flugzeuge halt einfach früher zu beschießen. Oder den britischen Kapitän Philip Ryan. Dieser erhöht nämlich nochmal die Streuung eingehender Granaten, was euch natürlich helfen kann, länger zu überleben, wenn ihr doch mal aufgeklärt wurdet. So Leute, das soll es auch soweit mit dem Kapitänskillungsvideo von Tamon Yamaguchi gewesen sein. Ich hoffe, es war auf jeden Fall hilfreich. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.